Hallo zusammen, willkommen zu meinem kleinen Nebenprojekt. Und zwar spiele ich heute DLC Quest. Ja, was habe ich mir nur dabei gedacht, frage sich vielleicht manche von euch. Ich weiß es selber nicht, denn ich spiele dieses Spiel blind. Erstmal kurz, DLC Quest, also für die, die es nicht wissen, DLC steht für Downloadable Content. Also zusätzliche Inhalte zum Herunterladen für andere Spiele, was ziemlich viele eigentlich kennen sollten. Und ja, DLC Quest soll einem verdeutlichen, wie es hier auch schon schön steht, was passiert, wenn es mit den DLCs zu weit geht. Ja, das Thema kennt viele eigentlich von euch, ich selber auch. Wenn ich mir überlege, ein gutes Beispiel, früher habe ich mir Siedler 3 gekauft, ein schönes Spiel, ein gutes Spiel. Habe damals 40 Euro umgerechnet dafür gezahlt, aber es war es ja noch in D-Mark. So, dann kam irgendwann das Missions-Add-on raus für 20 Euro. Hatte ich meine zusätzlichen Inhalte, meine zusätzliche kleinere Kampagne und das war auch schön und gut. Wenn man sich heute Spiele ansieht, ich nehme jetzt mal als Beispiel auch wieder Siedler 7. Siedler 7 habe ich für 45 Euro gekauft, das Spiel. Dafür kamen jetzt DLCs raus, und zwar vier Stück an der Reihe. Jedes zu einem unterschiedlichen Preis. Gut, ich sag mal, bei Siedler 7 war es noch recht fair. Die DLCs haben zusammen, äh, die vier DLCs haben zusammen auch wieder 20 Euro gekostet. Und waren vom Inhalt her vergleichbar mit einem Add-on, so wie bei Siedler 3. Aber wenn man andere Spiele sieht, ich nenne jetzt keine Namen, äh, da zahle ich 6 Euro, um irgendeine lausige Waffe zu kriegen. Das ist dann schon, da fragt man sich schon manchmal, äh, was sich die Entwickler dabei denken. Aber gut. Soviel zum Arterie des Hintergrundes. Wir beginnen mit dem Spiel. Also, wir haben zwei Kampagnen zur Auswahl. Erstmal das DLC-Quest selber. Und, äh, live, wem him or die. Äh, wir beginnen mal mit der DLC-Kampagne. Also, was passiert, wenn die DLCs zu weit gehen? Bin ich mal gespannt. Okay, gucken wir mal kurz in die Options. Timer lasse ich mal aus. Graphics. Schrauben wir mal auf. Maximum hoch. Ja, das sieht schon besser aus. So. Ach, können wir auch gleich den Fullscreen anmachen. So. Gut. Mal kurz in die Controls gucken. Ach, sieht ziemlich einfach aus, wenn ich ein Gamepad hätte. Na, hoffentlich kriege ich das auch mit der Tastatur hin. Ah, mal sehen. Also gut. Awardments, das sind wahrscheinlich die Achievements. Leaderboards brauchen wir nicht. Starten wir mal ein neues Spiel. Die Prinzessin und ich. Und ich. Und der böse Typ. Und der die Prinzessin denn führt. Das fängt ja schon mal gut an. Motivation. Okay. Unsere Motivation ist es, die Prinzessin zu retten. Willkommen zu dir, Seacrest. Du hast es vielleicht bemerkt. Einige Features fehlen. Mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort für Features, weil ich das auch eigentlich sonst über benutze. Animationen fehlen. Das Sound fehlt. Mach links kann man sich nicht bewegen. Nichts, was ein kleiner DLC bereinigen kann. Rede mit dem Shop, äh, mit dem, ähm... Ja, mit dem Händler. Okay. Also, ich drücke jetzt gerade auf die linke Pfeiltaste und nichts passiert. Wenn ich auf die rechte drücke... Pfff. Okay, das sieht ja schon mal richtig falsch aus. Oh, da sind Münzen. Also, die... Was ich schon weiß über das Spiel ist, man sammelt die Münzen. Und wenn man dann beim, äh... Beim Händler ist, kann man sich dann die DLCs kaufen von den Münzen. Also, man muss hier nichts für echtes Geld zahlen. Das ist einfach nur, um, ähm... Das auf lustige Weise zu verdeutlichen. Der, äh, böse Typ hat die Prinzessin entführt. Du musst sie retten. Ja, gut, das können wir ja machen. Genauso hat er deinen Onkel getötet. Nein, wie konnte er? Nur, du musst Drache nehmen. Äh, was müssen wir noch alles tun? Das fängt ja schon mal richtig toll an, das Spiel. Okay. Na, ganz toll. Ich denke, er hat auch in die, äh... Wasserversorgung der Stadt gepinkelt. Äh, das ist ein richtig böse... Typ. Okay, das Spiel fängt schon mal geil an. Das, das klingt vielleicht nicht ganz so wichtig im Augenblick. Ja, solange ich nicht draus trinken muss, ist es für mich auch nicht so wichtig. Kaufe ein paar DLCs und, äh, bewegt dich. Du wirst sie brauchen. Na, toll. Ich habe vier Coins. Und kann mir jetzt dafür... Äh, DLCs kaufen. Also, was kann ich kaufen? Ich kann das Animation Pack kaufen, dass ich nicht mehr einfach nur rumklotze. Ich kann das Audio Pack kaufen, damit ich endlich mal Musik im Game habe und nicht nur im Menü. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Movement Pack, damit ich springen und nach links laufen kann. Äh, Erfahrungen der nächsten... Äh, 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 der Kontroll... äh, der Steuerung der nächsten Generation. Äh, enthält springen und nach links laufen. Es gibt keine... Es gibt keine Geld-Zurück-Garantie für dieses Item. Super. Äh, da ich nur vier Münzen habe, muss ich das erst mal hin... äh, herhalten. Äh, mit Tab kann ich zwischen denen, die ich gekauft habe und die, die es gibt, umschalten. Und mit Escape kann ich rausgehen. So. Mit Z kann ich springen. Äh, das ist ein bisschen ungünstig gelöst. X und Z auf einer deutschen Tastatur. Naja, damit muss ich jetzt leben. So, hier habe ich gleich mal fünf Münzen eingesammelt. Dann kann ich mir auch gleich mal zurück für die DLCs. Kann ich mir mal das Animation Pack kaufen. So. Jahu, jetzt kann ich endlich laufen. Und nach links gehen. Ich kann mit dem Pferd reden. Das wird nur... Hier kann ich hoch. Und mit dem kann ich aufsprechen. Jedes Wort tut shop da und so. Brauchst du ein Schwert, um ein paar Büsche zu häxeln? Ja. Könnte ich gebrauchen. Ja, das Schicksal der Welt ruht auf mir. Äh, er hat die Prinzessin entführt. Er hat meinen Onkel getötet und er hat in den Brunnen gepinkelt. Äh, das nenne ich jetzt nicht gerade das Schicksal der Welt. Aber gut. Du wirst es erschärfen müssen auf diesem Schleifstein. 10.000 Umdrehungen sollten reichen. Denke ich. Na super. Ich hab ja noch gar kein Schwert gekriegt. Time is money pack. Ist nur unavailable. Super. Please don't hurt the sheep. Äh, das machen wir mal lieber nicht. Äh, an die Münzen da drüben komm ich nicht. Ah, da ist ja auch der Schäfer. Was hast du mit zu sagen? Ich hoffe, niemand greift bei der Schafbahn. Ich lass sie frei herumlaufen. Hab ich nicht mal dran gedacht. Spieler. Schäfer? Ja, super. Ah, okay. Hier komm ich schon mal nicht vorbei. Hier brauch ich den Buschhäcksler. Das steht hier. Warning reports of... Berichte von, äh, seltsamen Begegnungen dieser, in diesem Gebiet. Äh, was passiert jetzt? Dein erster Kampf? Nein. Ich kann einfach nur... So, bitte. Nein. Was ist jetzt los? Da, da, da. Wie geil. Was war das? Immer wenn ich jemanden, äh, treffe, Tut der Bildschirm das. Tut mir leid. Kannst du mich vorbeilassen? Niemals. Hm. Du wirst mich niemals, äh, übertrumpfen. Haha. Super. Psycho-Lawarfare-Fack. Das ist nur der Raid. Super. Boah. Also ja, wie man sieht, ich brauch für alles DLC. Aber ich muss es halt nicht vielleicht gekauft, ich muss Münzen sammeln. Deswegen sammeln wir mal hier Münzen fleißig ein. Äh, was? Sorry. Das ist nicht recht, nur irgendwie. Ach, gut. Äh, achso. Ja, okay. Hier sind halt sowas wie die Credits. Oder am Schluss noch eine Entschuldigung dafür, dass wir mit den Credits genervt waren. Ja, wir räumen noch mit. Jetzt hieß was? Time is running. Was ist 20? Erstmal bin ich auf. Juhu, jetzt hören wir endlich wieder was. Jetzt dürfte das Ganze nicht mehr ganz so langweilig werden. Aber was ist das? Time is money. Du kannst den Schleifstein nicht ertragen. Kaufe dieses, äh, Paket, um tausendfache, äh, Schleifgeschwindigkeit zu haben. Und natürlich wie immer keine Geld-Zurück-Garantie. Ja, super. Juhu, wir haben... Okay, der böse Typ ist in die Richtung. Und, äh, Büsche können mit einem Schwert zerschlitzelt werden. So, jetzt haben wir eigentlich genug Geld. Aber ich will mal gucken, was ist in der Box da... ...drin. Ist das die Box von... Äh... Armor for your horse pack. Also, eine Rüstung für mein Pferd. Hey, cool. Ich habe jetzt gerade alle DLCs vom Shop, äh, Heidi gekauft, wenn ich das richtig sehe. Nein, habe ich nicht. Na gut, dann kau... Das sieht so dämlich aus. 250 Goldmünzen, nur damit mein Pferd so komisch aussieht. Das ist jetzt hier in der Handspielung wahrscheinlich an die Nonsense-DNCs, die es so gibt. Na gut, kaufen wir uns erstmal das Time-is-Money-Pack. Und das Pausen-Pack. Weil ihr ja eine Steam-Errungenschaft schafft. Okay. Jetzt kann ich auch Pause machen. Gut. Dann wollen wir mal wieder... ...zum Schleifstein, denn wir müssen... ...das Schwert schleifen. Äh, jetzt geht das oben mit dem Balken viel schneller. Und jetzt haben wir ein Schwert, mit dem wir mit... ...x zuhauen können. Und jetzt sind wir mal gemein und hauen das Schaf. Haha, oh, ein Grabstein. Jetzt ist der Schäfer sicherlich sauer auf uns. Da können wir uns nicht durchhauen. Ja. Also der sagt uns nichts Neues. Aber jetzt können wir uns hier durch die Büsche durchhacken. Und die weiteren Münzen einsammeln. Und wenn wir 50 Münzen haben, können wir eben... ...beim... ...oh, hier sind noch mehr Münzen. Können wir beim... ...ähm... ...ähm... ...äh... ...eh... ...bem Händler uns das DLC für den... ...für das, äh... ...schlauer werden kaufen, um an den Typ da vorbeizukommen. Was immer uns das aufbringen mag So ich guck nochmal Ob ich hier oben auch nichts vergessen hab Weil mit dem Spiel braucht man Wirklich jede Münze so wie es aussieht Aber hier ist nichts mehr So du bist der Händler Jetzt müssen wir in die Richtung weiter Und jetzt kriegen wir das Double Jump Pack Beziehungsweise jetzt können wir es kaufen Wie viel kostet das denn Ja 100 Münzen Zitze Okay Das werden wir aber brauchen wenn wir da hoch wollen Stirb scharf Ja Ich töte Schafe Was auch immer das bringt Vorsicht Loch Na ich hau mal die Büsche hier platt Dann gehen wir mal hier runter Mal gucken Ah ich hab die Münzen verfehlt Aber ich hab sie noch erwischt Okay Und dann gehen wir mal hier hin Schw kay